Und damit willkommen zurück. Wir haben noch ein paar Schlachten zu schlagen. Eine, Dol Guldur. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich würde erstmal den Eroberst mit Karsch nehmen, weil der Start wird ausgerüstet, der ist gut. Und dann gucken wir jetzt, dass wir das irgendwie töten. Erst die anderen, zack, zack, so, 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 so und dann so. Mal schauen. Mal schauen. So. Keine Ahnung, wo der Gegner startet. Das ist halt immer die Frage. Wenn ich das wüsste, wäre ich weit besser dran. Aber wie immer, weiß man es nie, also... So, hier ist nichts und niemand. Wir sind die Herren der Wälder. Nieder damit. Ich bin nicht mehr, was ich hoffe, dass wir hier zugekommen sind. Alles nieder! Da läuft noch nicht. Okay. Sie werden alle fallen. Ich bringe den Frieden. Die der Wacht, was euch gesagt wird. Wir müssen schieben schieben. Unser neues Gebäude ist verarbeiten. Oder ihr werdet geknechtet. So, ich baue jetzt einfach mal eine Festung. Aber ich habe hier so viel Creep Gold, dass ich mir das halt echt leisten kann. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal komplett... Hier hat es einen Feind, das ist gut, den können wir schon betrösen. Zwei vielleicht so war. Gut. Töten bitte. Ja, dann wisst ihr halt jetzt was anderes. Who cares? Einer ist tot. Ja, beneide mal. Natürlich, wenn kommt das so rum. So, das holen wir uns noch. Ja, jetzt ist nur noch ein Gegner übrig. Haben wir eigentlich schon gewonnen. Sehr schön. Die Schlacht hat begonnen. So, Karsch. Ja, der macht die alle kaputt. Easy. Das ist so stark, Mann. Die Mühlen werden angegriffen. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. What the frick? Das Gebäude, das wir zu dem Hexenkönig. Eine neue Flüstung des Hexenkönigs ist bereit. Ja, schön. Schönes Festung. Das ist ein Teil. Ich kann sie nicht sehen. Doch, kannst du. Ich spiele die Stimme. Ich arbeite oder ihr werdet gekneuchtet. Sie sind schwach und anzäglich. So. Ganz einfach. Das greift mal an. Und jetzt hier so ein paar Baumeister. Das freu ich eigentlich gar nicht gar nicht. Das ist nur Geldverständnis. So. Bauen. 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 Da noch was bauen. Überall wird es gebaut. Ich brauche jetzt ganz viel. Hurra. Oh, der Damage reicht. Oh. Auch lustig, dass nur die Gegner weggeböllert werden. Bei dem Sprung. Ich meine, designtechnisch macht es Sinn. Irgendwo. Aber rein logisch absoluter Schwachsinn. Hier ist halt alles Protos. Müll-Splash. Ja, kommt's mir her da. Aha. Als Feinde. Ja, dann. So. Ah. Toll macht er das. Ganz toll. Ist das ätzend. Wieso machen wir jetzt da alles kaputt? Wollte ich jetzt gar nicht klicken. Wollte ich nicht. Ich wollte ausbilden. Ist egal. Ich habe eh gewonnen. Ist egal. Ich habe eh gewonnen, aber äh. Es ist einfach ätzend. Es ist einfach ätzend. Ja. Oh. Wee! so baumeister töten mühlen bauen alles also auch wo hat's hier spinnen da oben irgendwo ja komm uns ja mal holen komm hol die spinnen wo sind sie hallo sind wir fertig oder müssen passen ist egal alles wird gut so brüll brüll und genau fertig fertig easy dankeschön oh meine Fresse oh gott oh gott oh gott nö ok alles tot easy ok sehr schön kurz speichern jetzt weiter so ich muss es halt anständig zum abschluss bringen das ist halt das ding sonst würde ich sagen ich hoffe jetzt drüber mach einfach nur noch autoresolve und gutes aber nee so ist es nicht kann ich nicht bringen kann ich nicht bringen das ist das letzte das ist bei mir häufig so wenn was wenn was endet wenn irgendein projekt endet oder so gegen Ende denk ich mir immer so boah kein bock mehr mach Ende ich will nicht mehr na na gegen Ende ist bei mir immer so das ist echt ätzend so der geht jetzt da runter der geht da rüber so der Feind kann ja auch nichts mehr machen ist ja oh man Leute und danach werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Pause mit herdregen machen ich meine ich habe jetzt genug produziert für ein Jahr äh mal schauen ich denke ihr werdet am Sonntag dann immer den 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 Warhammer bekommen ich weiß ja auch gar nicht wie lange ich immer aufschnehe keine Ahnung ich habe so Hunger krass krass alles am Arsch ich sag es euch alles alles durch alles durch so und wenn ich he he oh Gott wenn ich wenn ich das hier durch habe und das baller ich jetzt noch durch ich hoffe bis 10 ja bis 10 schaffe ich es easy ok so danach mache ich nichts danach habe ich Hunger essen om nom nom mit Knoblauch leck mich so heute darf ich noch morgen darf ich dann wieder nicht weil am Montag wird schon wieder das ist so ein Bullshit ich habe da keinen Bock die Woche wird so ätzend egal ja wo ist jetzt hier ja hier so äh genau ja luft alter kann ok so also Sonntag Warhammer so und wenn ich dann wenn ich dann das hier durch habe dann kommt ja der super mega heftige ultra extrem modus der unmachbar ist von dem ich nicht glaube dass ich ihn schaffen kann so und wenn ich den durch habe dann kommen vielleicht Multiplayer Games ab und zu mal mal schauen ich weiß es noch nicht das muss man dann sehen na aber mal gucken mal gucken ja wäre vielleicht ganz interessant einfach ein paar Multiplayer Games hier und da mal zwei in der Woche ist das nicht so geht ja auch schnell muss man sagen geht ja auch Vorsicht vor den Spinnen Vorsicht vor den Spinnen oh mein Gott die Spinnen so Sturm als Lieblingsman zurück an die Arbeit fort für den Hexenkönig Angmar wir reichen Menschen aus Angmar die die Schlacht wartet wir ziehen in die Schlachten wir warten auf die Schlacht so werft sie zurück wir haben den Feind gesehen wir haben den Feind gesehen Blut und ohne Ende was wollte ich sagen genau und halt am Sonntag wahrscheinlich nicht vorher ich weiß nicht ob ich Thursader Kings nochmal mache kam jetzt nicht so gut an ne irgendwann könnte ich vielleicht auch Stellaris spielen aber das ist ewig groß das ist so viel Zeit ist aber auch ein ziemlich gutes Spiel mal schauen ich weiß es noch nicht es gibt einfach viel mal schauen auf Essen freue ich mich heute das wird cool ich werde da essen und es gibt es halt heute ich werde heute früh essen ich habe so Hunger gerade aber ich bin so müde ich müsste mal wieder lüften ich habe heute morgen schon gelüfte jetzt ist trotzdem so schlecht die Lüfte da ist sondern mache ich PC am Nachmittag ist nicht optimal mal schauen mal schauen was ist das denn wieso macht das hier so wubbelwubbel lol das Geld hier wurde nicht eingesammelt auch interessant Leleling Klingeling 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 Keine Gnade AlleFallen Unser Neues Gebäude ist fertig Lieder an die Arbeit oder ich werfe euch den Welten vor So Schade Die Banderträger sind hinfisch das Gebäude ist fertig oder ihr das Bücher Das Spiel ist zu einfach Noch Aber wie gesagt, das wird ja noch anders Das wird ja noch richtig schwer Nämlich dann, wenn ich nicht ins Minus kommen darf Was ich da übrig, weil Und Nur noch ausbilden darf Also was ich hier auf der Weltkarte ausbilde Genau, so Du gehst jetzt so weiter Der geht da weiter Dann da, da, da Dort Da geht noch was Da pultet noch den Habe ich da irgendwas Nimm mal mit So Ach, da ist schon Wow Okay Ich muss das halt machen, weil ich den Anspruch habe, es einfach zu tun Das ist halt so das Ich muss es tun Weil ich es anständig Abschließen Muss So Ich glaube ich mache jetzt nach der Schlacht Aber noch einen Cut Und dann kommt die letzte Episode Niemand schert sich um irgendwelche Höhlenrolle Bin ich ganz ehrlich Loll Hatte ihr das gesehen? Ich habe auf akzeptieren geklickt Danach noch auf die Lawine Und die wurde übernommen Auch interessant Not bad Not bad Not bad Das war's Und das war's Ich will nur noch fertig werden Einfach das Projekt Abschordern Dann habe ich Dann habe ich bisher Mit Herr der Ringe Zwei Phasenprojekte gehabt Das erste war halt ganz normal Ringkrieg 1 von 5 Brutal Easy Das zweite war jetzt hiermit Nicht ins Negative geraten Am Anfang Nicht so leicht Aber gegen Mitte Beim dritten Viertel Run Habe ich dann mitgewerbt Dass ich weiß Wie ich damit umgehen muss Dann war's wieder easy So Yo Und Das nächste Projekt Phase 3 Wie wie bei MCU Auch verschiedene Phasen Ja der Ringe Phasen Des Alex Sascha Da 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 Ja So Wow Toll Der schmeißt halt Eine Kackbombe Jetzt zündelt das hier so ein bisschen Das war's Wow Geil Whatever Er Genau So 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 Untertitelung des ZDF, 2020